und heute spielen wir eine runde athenen versus spartanskis mit bissel gladiatoren drin weil unsere skins sind gladiatoren die anderen sind so athena und ach halt dein schnauze und zwar mit dabei ist der liebe adressen die schissen die dissen die pissen die dissen die du schönen guten abend meine freunde und leute wer noch dabei ist ist der liebe polt aus dem bau team wer noch dabei ist ist der liebe epic schwanz ich habe spiel kaputt gekommen eine flasche die bleibt stehen und er geht kaputt ok die ist kaputt ja der liebe weakness ist auch mit dabei wer auch nicht fehlen darf leute ist der liebe kid babe hallo 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 ok meine lieben freunde ich würde mal sagen bevor das bettel hier losgeht lasst uns mal einen daumen nach oben da ein abo da und natürlich nicht vergessen die glocke zu aktivieren meine lieben freunde damit ihr auch nichts mehr verpasst meine lieben freunde und ich würde mal sagen kommen wir zur erklärung und dann geht es schon los willkommen zu der erklärung von athenen versus spartaner modus in fordner betreuer und zwar meine lieben freunde wird drei wo es drei gespielt und jeder hat seine eigene base in jeder base gibt es eine flagge und das ziel bei diesem spiel ist man muss versuchen die gegnerische flagge zu klauen und in seine base zurück zu was aber auch noch als special feature gibt wir haben alle klassen es gibt den ninja der hat so rauchkanaten und ist richtig schnell oder es gibt auch den tank der hat richtig viel leben also wie so ein juggernaut und ich würde mal sagen leute viel spaß beim video okay meine lieben freunde und zwar würde ich mal sagen geht es los und ihr seht hier auch schon unsere ganzen klassen und ich würde mal sagen wir jungs wir müssen team aus team team aussuchen jungs ich spiel ding jetzt auf jeden fall auf hier ninja ok 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 dann gehe ich auf hier wegen wegen dings keine ahnung und ahmet ich nehm pyro ok dann let's go leute wenn ihr auf der anderen seite bereit seid was ihr wahrscheinlich schon seid wir sind schon auf dem weg was jetzt oh mein gott oh mein gott ok wir müssen aufunsere brücke los losloslos los ㅎㅎ Oh, sie werfen Dinger, sie werfen Schmocks, äh Schmocks? Hä, was? Schmocks? Schmocks meine ich. Schmocks ist auch dabei. Achso, gleich wieder zwei. Milkan, du kleiner Beischt, der hat richtig kassiert. Ähm. Ja, Milkan, äh, was ist da los? Was ist passiert? Was ist da los? Hä? Nice. Okay, 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 haben wir gecleared? Ne, noch einer noch, ne? Oh, nice. Achmed, komm. Yalla, yalla, yalla. Komm, 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 komm. Wir haben 20 Minuten Zeit, um die Flagge dreimal einzunehmen. Und, äh, wenn wir das nicht schaffen, beziehungsweise, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann, äh, hat der mit den meisten Punkten... Give on, meine Lieblingsweine, das heißt, äh, let's go. locale. Hurro, ho, 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 ho. Face? FaZe, llama, lese und machen die Leute keinen Box. Ah, Undrmansen ist da, Digga! Ding, der Chef von FaZe hat mir grad geschrieben, weißtu. Gibij tended mir, brauchst du Hilfe? Ja, hätt ich gebrochen können, aber haltous. Wir brauchen Hilfe. Volk, Junge, komm mal runter, Alter. Komm mal runter mit den jungen Pferden, ja. êtsich habe Granaten rangiert, Alter hat meine Ehre genommen. oh mein gott okay 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 ich würde mal sagen leute wir nehmen auch mal die ninja klasse weil du bist richtig agil damit ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme mein gott für was die hohe die flagge ich habe ich habe die klasse was soll ich denn machen ich komme gleich raus ich komme wieder mit hassasin klasse dass ich schnell bin habt ihr die flagge habt ihr ja ich habe das tut gut jungs dinge was denn nein achmet komm komm langsam 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 wir machen das wie in der front bruder ok welche fronten ablenkung ist da andere die taktik jetzt die wir vorgestern besprochen er sagt vorgestern besprochen benutze die map nicht zu navigieren bruder abhin 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 pass auf pass auf wo ist er oh mein gott ich muss schon wieder gesnipet ich stecke dir mein finger ich nehme jetzt die tank klasse weil ich dann 300 leben habe also jetzt mal gucken deswegen sie können mich jetzt nicht mehr töten wo bist du tot ah ja ja und ich werde fokussiert warum werde ich fokussiert warum warum weil du gesagt das ist mit einem stank cracker echt er trifft oh nice er hat uns beide gekickt schön ich komme ich komme ich komme ich komme also also langsam aber sicher bin ich gleich da steht mich ach der ist da oben komm komm und boi komm und boi komm und boi komm und boi scheiß drauf bruder o mein gott ich habe gerade dieses gehört neiiiin carpet schwarto ä eae ich hab eins Spring runter Bruder, spring runter Bruder Nice, nice, der hat mich grad so verteidigt Nice, komm mit Bruder, komm Komm, 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 komm her, komm her Ich bin da Ich bin eh full Egal, du kannst noch fuller werden Kommt Jungs, ich hab zwei Schwerter, damit schlitze ich euch auf Komm Komm, komm, Team Push Jungs Ich bin zwar langsam as fuck, aber Jungs, ich blende die Aber Ich hab Schaden as fuck bekommen Digga, ich hab 36 HP Bruder, beschütz mich Wo bist du? Hinter dir Ich weiß Digga Oh shit Jungs, hier ist nicht die Flagge Ey, shit, mach Die ist nicht hier Dabei Pfeil ist die Digga Ja, ich weiß Digga Okay, ich mach ernst Digga, hier Hier Digga Hier Bruder Ich treff nicht mehr Ich muss los Oh shit, ouch Ich sterbe gleich Nein, bitte nicht Hallo Ich hab deine scheiß Snipermann Let's go Digga, ich hab 34 HP Bruder, Hilfe Die treffen mich nicht Ich muss jetzt beide holen Digga Ich muss jetzt beide holen Was gib mir Bitte gib mir Bitte Hilfe Bitte Hilfe Nice, ich hab Paul Komm gib mir Ich geh rein, ich geh rein Ich hab das beschissenste Kid ausgewählt Was man je haben kann Nein, gib mir, gib mir Ich bin jetzt den weiten Weg gelaufen Jetzt will ich auch die Flagge haben Digga Okay Bruder, was hast du vor? Ich bin Assassine Woher, wo ist der? Digga, ich sag nicht Hey, ich check gar nichts Nein Hab ihn, hab ihn Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, ich hab ihn Wirklich, ich hab ihn Ey, die spawnt Digga nach zwei Sekunden Jungs, wie wollt ihr aus Haus rauskommen, wenn vorne Airstrike ist Nein 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 Und man für immer gefangen da drinnen Digga Oh du ist außen rumgelaufen Bin ich nicht? Ich bin tot Ich bin tot Echt jetzt? Ja Digga, wo ist der? Ich bin tot Ich bin tot Oder man renn raus Oder man renn raus Ich bin tot Bruder Hä? Achso, ja, ja komm Ninja, Ninja komm Achmed, komm, Double Ninja Okay, komm Komm, renn Digga Aber unsere Flagge ist nicht mehr da Renn Renn Digga Hä? Double Ninja Digga Ja, ist so Die braucht noch drei Minuten Nimm Ninja Pack Achmed, nimm Ninja Pack Ich stürze mich in den Tod Du bist schneller Weil sonst brauche ich acht Jahre Digga Okay, okay, okay Komm, komm, komm Schnell Ich hab richtig wenig lebt Ich hab richtig wenig lebt Ich hab richtig wenig lebt Achmed, schnell witzig Ich hab richtig wenig lebt Digga Ich bin jetzt Ninja Ich hab Angst Komm Oh mein Gott, du bist anders weit weg Ich bin übel nah Komm jetzt her Nein Komm, komm, komm Ich seh dich Er kommt, er kommt, er kommt Er kommt, er kommt Leg ab Nein, du ziehst Monty Jetzt, nimm Nimm, okay, warte, wir sehen uns gleich Wir sehen uns gleich Digga, let's go Und jetzt nehmen wir wieder Warst du gar nicht tot? Nein Nein Digga, ich war die ganze Zeit am Leben Digga Hey, das Ding ist jetzt Let's go Digga Er ist will tanken Digga Achmed Achmed, die haben das nicht gecheckt Komm einfach Scheiße, ich hab die Flagge. Die haben Flagge? Der ist hier. Achmed. Ich komm dir gegen. Die kommen über die Brücke. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Ok Leute, ich spiel jetzt in Sol... 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 Weil der eine geile Pump hat, Alter. Achmed, wir machen unsere Taktik gleich. Jungs, du musst dann rett über rechts mit unserer Flagge. Wie? Nein! Wo bleibt ihr? Laber nicht! Ich schwöre es dir. Ich komm, ich komm, ich komm. Das bin ich nicht. Das ist mein Double-Bild. Hast du... Hast du... Ist der runtergefallen? Nein. Let's go, let's go, let's go. Jungs, komm. Team-Push, Team-Push. Weißt du, was der gemacht hat? Kit Miff, warte mal. Kit Miff, das war jetzt nicht dein Ernst, Digga. Mir tut mir leid. Du bist jetzt nicht runtergefallen, Digga. Andre, bist du da, wo wir beredet hatten? Öh... Ich glaub schon. Okay. Achso, dann hab ich jetzt jedem Sinne... Ich glaub nicht... Wo ist Andre, wo? Wo ist der kleine Gauner, Digga. Jetzt kommst Derrick 17... Student-Pro Leader, denk mir. Trick 17? Trick 17 war nicht... Eigentlich hast du dich nichtiscal, sag' mirvor Augen zu. Okay, warte. H health to. Jetzt. Okay. Ohohoho kokoshoho. Ach med. Ach med, wo bist du? Das ist hinter dir, Bruder. Volk, nimm und lauf, lauf! Ach so, sorry, Digga. Komm, weiter, weiter, weiter. Ey, hey! Haben die unsere Flagge? Nein, 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 nein. Nein, das ist Spielfehler. Wie Spielfehler? Bug oder was? Hallo! Hi! Wo? Wo ist der? Hier! 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 Achso! Ey! Achmet! Komm! Ich verzeihe dich, Bruder! Mach was! Er hat mich voll gesmoggt. Jungs! Die Flagge liegt irgendwo! Die Flagge liegt irgendwo! Er hat sie! Ich hab sie! Achmet! Nimm mal! Hier, Bruder! Nimm, wir machen Baseball! Nimm, nimm, nimm! Wir machen Baseball, Digga! Guck! Ey, Otoman! Otoman! Ich hab ihn! Warte! Jungs, ey! Wir machen Baseball! Ich bin friendly! Egal, lass sie, lass sie! Okay, okay! Burak, Burak, gib ab! Gib ab! Gib ab! Wie? Gib ab! Gib ab! Mit rechts! Burak, gib ab! Okay, let's go! Digga, wir machen wie Baseball spielen, okay? Jungs! Hier, ach, Kimme, pass! Oh, Otoman! Meinst du die ganze Zeit Football, Bruder? Äh, Football, mein ich doch! Jungs! Digga, mach passend auf! Äh, äh, was? Äh, passend auf! Nein! Nein! Die, 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 die... Ich komm! Ey, der hat denn so ne Flagge! Nein! Der hier! Okay, ich komm, ich komm! Ey, Mikkel, lauf! Ich snipe den, Bruder! Ich hab ihn gesnipet, Digga! Auf Anfrage! Nice! Komm, komm, komm! Burak, Burak! Ja, ja, Burak! Bleib hinten, bleib hinten! Beschütz Flagge! Beschütz Flagge! Ich und KidMave gehen rein! Komm mal! Ich spawne ich nem Tank jetzt! Ja! Ich hab... Hä? Ich hab Burak gekillt, Digga! Ich war nicht mal in der Nähe! Ich dachte, ich hab mich schon gefreut, Digga! Nein! Ich komm! Easy, easy! Komm, 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 komm! Diesmal schaffen wir's, Jugo! Nein! Ja! Gut geschafft, Digga! Ihr seid scheiße! Oder... Wo bist du, hä? Wo bist du, kleiner Gauner? Ja? Smoke doch! Dann kommst du hinter mir, gell? War mir so klar, Digga! Es war mir so klar, Digga! Ich kann deinen Gedanken lesen, Digga! Ich bin ein Fuchs! Ja? Wem soll ich ablenken? Alle! Okay! Oh, schön abgelenkt! André! Hier! Ableckung! Ablenkung zum Manöver! Nein! Nein! Ich bin... Die Ablenkung! Ja! Ich! Hier! Ich hab eure Flagge! Ich hab eure Flagge! Hast du nicht oft zu lösen! Äh... Mirkan? Warte kurz! Warte kurz! Komm, komm! Nimm dir einfach das Leben, Digga! Achso! Ja, tschüss! Mach dir Airstrike hin, Digga! Ja! Ja! Und tötet dich selber, Junge! Und du stimmst jetzt auf! Ach, Digga! Sie pumpen jetzt so pein! Achmet! Bitte! Komm mit, komm mit! Achmet! Ich bin da, Digga! Polt ist low! Polt ist low! Ich bin in der Smoke! Ich bin in der Smoke! Pass auf! Pass auf! Ich sehe gar nichts mehr! Okay, ich bin da! Komm mit, komm mit, komm mit! Let's go! Let's go! Let's go! Ey, die schießen auf uns! Hier! Nimm! Nimm! Let's go! Let's go! Let's go! Ich mach das hier! Ey, Ester! Ester! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Hab ihn! Nice! Achso! Wollt ihr nicht außerhalb der Map gehen? Wir? Wollt ihr nicht Kreativmodus rausgehen? Und da abgeben, Digga! Ja, lauf doch hinterher, du Pisser, Alter! Komm! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Wo, wo, wo? Ich check nicht wo, Digga! Warte, warte! Lass doch! Ja, ja, ja! Kidmiff, komm! Ich bin noch full live, Kidmiff! Ich bin noch full live! Ich nicht! Kidmiff hat noch 20 AP oder so? Genau 20 AP! Wo ist denn der, Digga? Welcher Bono wo schießt und trifft mich? Ich bin in der Osomann, Digga! Aus 300 Metern mit USP, Digga! Echt?! Ich bin down! Oh! Wo, 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 wo? Es geht auch vor dir! Mirka, es geht auch vor dir! Burak! Ich sehe ihn, aber... Burak! Ich muss ihn mit der Flagge abcappen! Achmed, Achmed, vor dir gleich Mirka! Bei mir! Komm zu mir! Komme! Hä, wo ist Burak hin? Digga, die schießt auf mich! Ja! Ich renn! Er ist in Smoke! Nein! Ich komm! Ich komm! Wir haben es gleich geschafft, Jungs! Wir haben gewonnen! Oh mein Gott! Komm her, Digga! Nein! Ja! Komm, komm, komm! Achso! Burak! Nice! Nice gewacht, Burak! Das war Teamplay, Digga! Das war Teamplay, Digga! Digga! Ihr kommt nicht durch! Warte, ich sehe nichts! Warte, ich sehe nichts! Warte! KidMave! Gib mir so einen heiligen Beat! So, so! Halleluja! Oder so einen Scheiß! Mach mal! Warte, du darfst erst reingehen, wenn ich Butterflip treffe! Okay! Ihr kleins! Bisschen demütig, Digga! Bisschen demütig, Digga! Ey, oder KidMave! 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 Oder wir machen einfach so, dass die Flagge despaunt! Oh, ne! Wir haben gewonnen! Wir haben schon gewonnen, Bruder! Oh! Wir haben schon gewonnen! Okay, meine lieben Freunde! Wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, dann lasst mal ein Like und ein Abo da! Schreibt mir in die Kommentare, wer ihr seid! Athena oder Spartaner, Leute! Und zwar Spartaner, die Gladiatoren sind! Mit dabei auch Ninjas! Oder Georgianer! Ja! Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo da! Und checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs ab! Und natürlich mein Instagram, meine lieben Freunde! Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video! Und... Ciao!